FC Bayern, Zweikampf- und Fehlermonster-Minister Kim zeigt in München zwei Gesichter. Die FC Bayern verspülte nach einem 4-2-Sieg gegen Heidenheim binnen Minuten einen 2-0-Vorsprung. Währenddessen vergab Neuzugang Kim Minitier mit einem kläglichen Pass den Ball, der zum Ausgleichstreffer führte. Ein wiederkehrendes Phänomen, das die Höhen und Tiefen von Innenverteidigern zusammenfasst, die den Ball nicht weitergeben können. Aber er genießt das Vertrauen von Manager Thomas Toche. Kim hat nicht die Leistung erbracht, die wir erwartet hatten. Er ist ein Unsicherheitsfaktor für den FC Bayern, sagte Sky-Experte Lothar Matthäus nach dem 2-2-Gegen RB Leipzig Ende September. Kim Minitier kam im Sommer für 60 Millionen Euro aus Neapel. Viele halten ihn für den besten Verteidiger der Serie A und er gewann den ersten Skudetto des SSC seit 33 Jahren. Die Hauptmerkmale des 26-Jährigen waren sofort erkennbar. Als körperlich robuste Maschine mit beispiellosen Duell-Fähigkeiten sollte er seinen Gegnern Angst einjagen. Der Koreaner eroberte das Herz der Bayern und sicherte sich schnell einen Platz in der Startelf. Kim war von Beginn an in allen elf Bundesligaspielen am Start, konnte aber nur ein-zwei-Spieler nicht die volle Spieldauer bestreiten. Ist mangelnde Konzentration eine Schwäche? In Bundesliga-Duellen stellte Kim schnell seine Stärke unter Beweis. Die Koreaner haben bereits 66% ihrer 105-Duelle gewonnen, ein Rekordwert. Ich liebe ihn, schwärmte Bayern-Trainer Thomas Duchel zu Beginn der Saisons über seinen neuen Innenverteidiger. Es gibt jedoch noch eine andere Wahrheit zur Wahrheit. Auf der Liste der Fehlpässe der FCB-Mannschaften steht Kim klar an der Spitze. Der Ball ist bereits 82-mal in die Hände des Gegners gelangt. Zum Vergleich, Offensiv-Auraunde Leroy Sane, 73 Jahre, und Langpass-Spieler Joswa Kimmich, 64 Jahre, sitzen nebeneinander. Eine Schwäche, die in Italien kaum ins Gewicht fiel. In wichtigen Spielen, wie dem 3 zu einem Spiel gegen Inter Mailand in der 36-Runde, behielt der koreanische Spieler eine hervorragende Passquote von 97%. Ähnliche Zahlen wurden gegen Juventus, Florenz, jeweils 91%, und Atalanta Bergamo, 98%, verzeichnet. Die Bilanz scheint in der Bundesliga nicht allzu schlecht zu sein. Über alle Spieltage hinweg verzeichnete er eine Passannahmequote von 93%. Aber hier und da ist Kimmich gut darin, schwere Fehler zu machen. Einige schlimme Fehler nur Granit von Bayer Leverkusen bei einer Pokalniederlage in Saarbrücken, 1 zu 2, gelangte der Pass des Innenverteidigers nicht zu seinem Mitspieler Franz Kretzig. Sondern zu dessen Gegenspieler Lukas Bader, dessen hintere Außenseiter zum Ausgleich traf. Ich holte auf. Insbesondere gibt es immer noch einige unerwünschte Aspekte von Kimms Entscheidungsfindung. Und nach dem Fiasko im Pokalspiel sagte Trainer Tuchel, Kimms Entscheidung, Anmerkung. Redaktion, ist unter vollem Druck definitiv keine gute Entscheidung. D. Das ist es nie. Es ist gut, gegen Frankreich zu spielen. Im letzten Ligaspiel gegen Heidenheim, 4 zu 2, gab Kim beim Stand von 2 zu 1 den Ball vor dem Strafraum ab und Jan Niklas Beste nutzte den Fehler dankenswerterweise aus. Für Tuchel ist es eine Frage der Geisteshaltung. Wir haben aufgeholt Binden. Sie hätten zwei sehr intensive Matches um den Kopf gehabt. Dieser Fehler war das Ergebnis eines engen Zeitplans. Heute ist nicht der Tag für Kritik, sagte der 50-Jährige. Ähnlich sah es Sportdirektor Christoph Freund. Er macht jedes Spiel 90 Minuten. Seine Unkonzentriertheit ist völlig menschlich. Die FC Bayern macht seine Fehler nun mit einem teuren Angriff wett. Und diese Situation hat es Tuchel ermöglicht, einen neuen Schüler anzusprechen. Wenn die Einladungen aber weiterhin so großzügig verteilt werden, könnte der Gegenwind noch heftiger werden. Wenn die Einladungen aber möglichst schnell und so weit weggeführt werden, könnte der Wahl waren. Und dann wird es vielmehr mit einem Tag für die Einladung. Untertitelung des ZDF, 2020